So sieht's aus Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Maker Online Part Nummer 30 hier auf unserem Kanal und ich würde sagen Freunde, wir legen auch direkt los, da geht's weiter 1, 9, F, A, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, A, B, D, 3, 3, 7 Scheint gut auszusehen und zwar 1 von Juju, so, nein, wieso, 8 haben es geschafft, 55 Versuche, 19 verschiedene Spieler und ein Stern, werdet ihr es schaffen sollte, gibt's den zweiten Nein, wieso also ihr seid noch zu sehen? Oder kommt man immer wieder ein großer辦? Das war's für heute. Nein, wieso? Mist, ey. Oh, wassit? Oh, wassit? Oh, wassit? Nein! Wieso? Oh! Oder? Wie auch? Wir brauchen die daughter. Wir brauchen die Frau... Wir brauchen die Leiserspannung! Pam, pam Ah, correct Juhu Yes, läuft bei uns Wo waren wir denn, in welchem Level Da waren wir genau, so Vielleicht, wenn es so weiterläuft, kriegen wir den Zettel ja auch noch abgehakt Dann kann ich nämlich schon direkt an die nächste Liste weitergehen Mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück sind hier drauf Aber wenn es so weitergeht, ne, dann könnte es machbar sein, Freunde Könnte es machbar sein, definitiv So, ähm Komm mal her, Zettel, ich brauch dich 0CB 0C5B 0, 0, 0, 0, 0, 0 CD 3E 2A So, Wild Onion Party vom Friesland hatten wir schon mal gehabt Die kam mir auch sehr bekannt vor, diese Kombination Manchmal merke ich mehr Kombis, deswegen So, 6EE C 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 6C 2, 4, 2, 1 So, das Spukhaus vom Getty Und zwar, 4 haben es geschafft Bei 42 verschiedenen Spielern 1 Stern bei 182 Versuchen Ach, du dickes Ei Du dickes Ei Du dickes Ei Ei Ei, 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 ei Das hab ich doch Da, hä Das kommt mir auch so bekannt vor Das kommt mir auch ganz bekannt vor Das kommt mir brutals bekannt vor Die Spukhaus Ich kann es jetzt nur gerade nicht einsortieren Ich kann es jetzt nicht einsortieren Hatten wir das nicht schon gehabt Und ich hab es nicht geschafft Ich werd's gleich sehen Gleich hab ich's Gleich werd ich's rausfinden Vielleicht hat er nur einfach Hat der Getty jetzt einfach nur genau das gemacht Was, ähm Was ein anderer auch schon vielleicht hatte Mit dem Anfang meine ich jetzt Kann ja sein Ich glaub die kriege ich nicht mehr Ich glaub die kriege ich nicht mehr Ne, scheint nicht, dass ich das schon mal hatte Ich glaub nicht, ne Dann sah das nur am Anfang gleich aus Okay, ich nehm gleich einfach die Ich nehm gleich einfach die Blume Und geh Ich glaube die Blume Wofür ist das dann? Egal, unwichtig Ähm, so Pass auf Jetzt volle Konzentration Ja, super Ja, ja Warum Springt der denn so? Was ist denn los mit dem? Hat der doch sonst nicht gemacht Das ist das, was ich sagst Das mal Ich hole mir jetzt die Pflanze und gehe da rein. Mit etwas Glück komme ich auf der anderen Seite raus. Vielen Dank. Okay, hier geht es tatsächlich nicht weiter. Vielen Dank. Ich fliege jetzt einfach oben lang. Mir ist das Wort von Lachsen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt gehe ich runter. Mario Time. Juhu. So, wir haben dann... Was soll das gewesen sein? Naja. Hä? Hä? So. So, das nächste kommt mir auch recht bekannt vor, muss ich sagen. Recht bekannt. 6, E, E, C. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, C. 2, 4, 2, 1. Das kommt mir ganz bekannt vor. Sag ich doch. Das Spukhaus. Habe ich das jetzt gerade gemacht? Habe ich das jetzt zweimal aufgeschrieben? Tatsache. Wie doof ich bin. Das kommt mir voll bekannt vor und steht oben drüber. Ey, Hammer. Ist das schlecht. 0, 1, B, I, 5. Ähm. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A, 9. D, C, 3, 0. Ja. Vom Juju findest du die richtige Röhre? Das mag ich zu bezweifeln. 3 haben es geschafft. 37 Versuche, 14 verschiedene Spiele, 1 Stern. Heute ist wohl ein Switzerland-Tag, wa? Ein Schweizer Tag. Grüezi. 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 Es war böse, oder? Auch geschafft. So, haken wir den Au ab. Der kommt mir bekannt vor, Alter, und ist das schlecht, ey. Der kommt mir bekannt vor und steht da oben, ey. Hammer. Ey, Poké Center, das möchte ich, das ist doch wieder von dem einen Typen da bestimmt, aber das möchte, das nehme ich wieder mit. Das ist bestimmt der eine Typ, der immer die ganzen Musik runterballern lässt. Möchtet ihr einmal hören an Poké Center? Nein, ach, jetzt habe ich es doof. Na gut, egal. Ähm, blablabla, 8bb, a, 0, 0, 0, 0, 0, 9, a, 8, 0, a, i. Das sah schon sehr komisch aus. Es kann aber auch sein, dass das vielleicht ein L ist, weil, ne, kann das nicht sein. Okay, ich erinnere mich nicht, da da nur so ein Strich war, 8bb, a, habe ich, 0, 0, 0, 0, habe ich, 9a, habe ich, 80a, ich mache nochmal ein i. Ich kann auch gerne mal eine 1, da, 80a, 1, ich mache jetzt, ich versuche jetzt einfach alles. Juju, musst du auch eine 1 hin machen und keinen Strich. Ne. Ich habe da nämlich extra ein Kreuzchen gemacht, weil, ähm, da war nur ein Strich, das hätte ein kleines L sein können, das hätte ein großes i sein können. Ja, beides ausprobiert, es war eine 1. Okay, so, nochmal Juju, alles, nur nicht das, ähm, 22 Versuche, äh, 22 verschiedene Leute, 18 haben es geschafft, 39 verschiedene Versuche und einer, einer hat Stärke gegeben. Die läuft ja besser als Gelachs, würde ich sagen. Ja, Freunde, 2 Level haben wir noch, die versuche ich noch zu schaffen. So, da sind wir wieder, ich musste ja dran gehen, weil, ich kann euch das ja sagen, auf jeden Fall ist, ähm, nur eine Person aus unserer, aus unserer, aus unserer Familie hat unsere normale Telefonnummer, ja, und, ähm, da, wird eigentlich nur angerufen, wenn wir was wichtiges ist und war auch wichtig gewesen. So, ähm, aber jetzt wieder, ähm, volle Konzentration hier drauf. So, E, 019, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, D9, 6, 4, E, 8. Bleiben wir in der Schweiz? Nein, heute kommt eine vom Thomas, Thomas, so, sieben haben es versucht, einer hat einen Stern gegeben, keiner hat es geschafft, bei 14 Versuchen, das heißt, alle haben beim zweiten Versuch schon aufgegeben, aufgehört. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Tun wir einfach so, als ob das nie passiert wäre. Jetzt weiß ich, warum die aufgehört haben, da fliegt ja alles um die Ohren, ey. Das nervt mich. Dir ist gelache, immer wenn du getroffen wirst, das nervt. Ein wenig, sehr sogar. Das ist gelache, immer wenn du nicht. Respekt wird. Da geht es dir. Der 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 Wergel. So, jetzt komm Marcel. Jetzt ist mal Schluss hier mit lustig. Jetzt müssen wir uns mal konzentrieren hier. Mal wieder. Ach man, ey, das... Okay, okay. Okay. Mann! Marcel, jetzt bist du so gut mal durchgekommen und so ein Kack. Ach ja, so, jetzt. Jetzt aber. War immer da, ne? Der ist so schlimm. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Warum das denn? Ich hab da gedrückt, Mensch. Gibt's doch nicht. Jetzt halte ich mich hier schon wieder an so einem Level auf die ganze Zeit, Mann. Oh, ist das dein Ernst, der? Meine Güte! Das kann doch nicht wahr sein, oder? Die wollen doch nicht Tatsache, da ich den P-Schalter hier mitnehme, oder? Wie soll ich das denn machen? Mann, ey! Hey! Ah! Oh! Oh, okay. Oh, okay. Ah! Jawoll! Das war natürlich wieder knapp gewesen. Das war natürlich sehr, sehr viel. Das war natürlich auch. Das war natürlich sehr, sehr schön. Das war natürlich sehr, sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020